Hey! Hi! Maram, du meinst nicht deine Haare. Mach die mal schnell weg. Schnell, schnell! Ich weiß. Du weißt? Mhm. Du zeigst ja so extra, oder? Nee. Ja, also ich fand das ganz schön mit dem Outfit so, eigentlich. Ich kann hier nicht sitzen und zusehen, wie du Haram machst, Maram, und um eine Strähne zeigst. Du trägst nicht mein Kopftuch. Man sieht alles. Das ist ganz egal für meinen Haram, aber für deinen Haram, das würde der Ala nicht wollen. Oder hast du das schon mit ihm besprochen? Nee, also eigentlich nicht. Das ist ein Haram. Maram. Ja, das reimt sich.